Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich wollte eigentlich, dass das Ganze ein bisschen aufhört mit Herobrine etc. Ich bekomme täglich so viele PNs und alles mögliche. Herobrine, was hast du gesehen? Oder Herobrine gibt's nicht, du! Piep piep. Und ich weiß nicht, ob ihr den letzten Part gesehen habt, mit dem riesigen Herobrine-Schriftzug. Ich glaube nicht, dass es echt ist. Ich glaube, dass es gefakt ist. Dass mich da einer veräppeln will. Wie auch immer, ob sich irgendeiner eingeloggt hat und sich jetzt einen Spaß damit erlaubt. Ähm, gut. Überall gab es Schilder. Also auch dieses, welches ich mir ja noch nicht angeguckt habe. Übrigens noch was. Die Karte sollte der Beweis sein. Also ihr habt im letzten Part auch gesehen, dass ich da nicht vorher war. Wo wir langgegangen sind. Nur ein Stückchen. Hä? Go back to your disgusting house. In Klammer. Ey. Oh, der will mich beleidigen. Mein schreckliches Haus. Mein evide widerliches Haus. Oh, ich habe keine Schaufel mehr. No, I won't. Ähm, ich weiß wirklich nicht. Also ich werde so oft beschimpft. Ey, du. Du. Du Idiot. Du willst die Leute zum Narren halten. Ich habe im Internet gelesen. Gibt gar nicht hier Herobrine. Äh. Ähm. Ja. Was soll ich denn dazu sagen? Ich kann dir jetzt auch nichts für. Ich würde es halt auch mal interessieren. Jetzt mal. Bessere Musik. Aber da vorne ist. Das nächste Schild. Gibt mir Hinweise. Das Spielchen gefällt mir. Stop Recor- Stop Recording Camtasia 7 Inc. Hier, Brian. 7 Inc. Was heißt das? 7 Inc. Und wenn mein Aufnahmeprogramm anders hieße, wenn es hieße blablabla und das passt dann nicht in die Zeile, was dann? Ach, und da wieder. Das haben wir ja schon mal gesehen. Soll ich es zumachen? Hier, hier, stop here, Brian. Hm. Und jetzt soll ich dir dahin folgen, oder was? Da ist auch kein Nerv dazu. Ohne Scheiß. Och nö, da ist... Die Sonne geht unter. Wir werden unser Bett irgendwo hier hinstellen. Graben uns direkt hier tiefer, oder? Sind mir doch völlig sicher. Na, irgendwo hier wollen wir unser Bett hinstellen. Mal jetzt mal so. So, oh fuck. Tschüss, Mann. Hallo? Das klingt nicht funktioniert. Es wäre aber sehr schön, wenn es klappen würde hier. Ich will nur kurz mein Bett hier hinstellen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Mal eine Fackel. Dann machen wir hier zu. Ich hoffe, wir finden den Weg dann auch wieder. Ich mache hier eine Fackel hin, dass wir den Weg wieder finden. Dann stellen wir ganz kurz unser Bett hier hin und vegetieren. In unserem Kran, wohlgemerkt. Vielleicht treffen wir dann nachts hier. Was soll der machen? Mehr als töten kann er mich nicht. Wenn ich mich mal langsam zu Diamanten führen würde, hätte das wenigstens mal Sinn. So wie es eigentlich der Fall sein soll. Da wüsste ich wenigstens mal, wo ich anfangen könnte zu suchen. Hoffentlich ist es hell genug beleuchtet hier. Es hält noch. Okay, wieder raus. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Hallo. Er könnte jetzt überall sein. Und wir sind schon so weit weg von zu Hause. Dass ich vorschlagen würde, wir jumpen zurück. Wir sind schon lange nicht mal auf der Karte zu sehen. Aber was ich gerne machen würde, man kann ja, wir haben ja einen Kompass dabei. Da können wir uns eine zweite Karte machen. Aber dazu brauchen wir Papier. Und Papier bekommen wir mit Zuckerrohr. Also wenn wir hier Zuckerrohr finden, ist das schon viel wert. Wir gehen mal am Meer entlang. Und hoffen, dass wir etwas finden. Das ist kein Zuckerrohr in Sicht, hey. Wo sind die nächsten Hinweise, hm? Hey Mann, warum ist denn hier kein Zuckerrohr, wenn man es braucht? Okay, ist sowieso etwas selten, aber dennoch. Ein netter Strand. Wo bist du, Schwein? Ich will deine Schilder lesen. Okay. Endlich finden wir mal, was ich versucht habe schon die ganze Zeit. Nämlich nichts. Cool. Ich hätte schon gerne eine Karte, ne? Das wäre voll toll. Warum ist denn hier weit und breit nichts? Naja gut, dann gehen wir zurück. Und sobald wir Zuckerrohr sehen, auch nur im Ansatz, rufen wir uns das Zeug. Und hier. Ich wollte eigentlich mit dem Thema aufhören, weil das mich halt langsam echt nervt. Es wird jetzt noch schlimmer. Aber das kann nur ein Shotspot sein, der mich veräppeln will. Aber wie auch immer. Jetzt komme ich nach Hause. Das stand ja, go back to your blödes house. Oh, Eisen. Ah, Kohle. Du wirst mich locken, ne? Ja, da musst du schon mit Diamanten kommen. Aber Eisen nehme ich dir doch ziemlich gerne mit. Nämlich mit, was geht. Wir wollen ja endlich mal auf Eisenwerkzeuge fest umsteigen. Ja, hier finde ich ganz bestimmt kein Zuckerrohr. Ist halt so eine heikle Angelegenheit, muss man sagen. Wie soll ich nach Hause finden? Mit dem Kompass, ja. Ich finde eh kein Zuckerrohr. Das hat sich schon erledigt. Da ist nun mal der Schriftzug, falls ihr es nicht gesehen habt im letzten Part. Ach, das ist auch ein Kreuz, oder ist das neu? War das vorhin schon? Hierroprime. Yeah. Da waren jede Menge Kürbis um. Was sehen meine lieblichen Augen? Zuckerrohr. Aber wir brauchen neun Stück. Wir brauchen zwar nur acht Stück Papier. Denn das neunte ist ja dann der Kompass. Aber... Was sind das? Ja. Es müssten neun sein. Aber genau abgezählt. Da, neun Stück. Ist doch hervorragend. Wollen wir ein bisschen Blumen anpflanzen auf dem Hero-Bile-Schriftzug? Dann fühle ich mich wenigstens... Ja. Vielleicht ein bisschen wohler. Okay, der Kompass... Ja, wir wissen ja, woher gekommen sind in etwa. Basteln wir uns ne neue Karte. Ach ja, du bist ein Genie. Markus, du bist so ein... Du bist so ein Held. Der die Welt erhält. Das gibt's überhaupt nicht sowas. Duft, duft, duft. Ich bin ein Genie. Okay, komm, komm. Keine Faxen hier. Ich hab mich schon gewundert. Ein bisschen, hä? Wollen geht's nicht? Ist immer noch Map 0? Hä? Ich dachte, dann kommt Map 1, oder was? Jetzt muss ich mich total auf den Arm nehmen. Ich hab gedacht, dann kommt eine neue Map. Das ist ja Schwachfug. Ist doch Schwachfug. Ach, jetzt versteh ich das erst. Hier steht doch... Death in Lava can... Also, der Tod in der Lava ist besser, als mich zu treffen. Und jetzt kommt dann... Think about it. Denkt mal drüber nach. Also, als ob ich jetzt hier reinspringen würde. Okay, tschüss. Was könnte ich denn mit dem Schriftzug alles Schönes ansteigen? Homo-Brine, oder so? Hinschreiben? Ach, fuck off. Aber... Kinder, Kinder, Kinder. Das ist mir eine Karte ärgert. Und ich hab gedacht, dann kommt eine neue Karte. Weil steht doch Map 0, oder Map 1. Könnt ihr mir hinschreiben, falls ich's noch nicht weiß. Ich hab keine Ahnung. Werde ich mich mal informieren. Ich hab gedacht, das geht... Irgendwie anders. So, aus der Richtung bin ich gekommen. Hallo, hallo, hallo. Dum, dum, dum. Bomberman 64 ist das. Kann hier eine Ecke lauern? Nicht hier, Brian. Bomberman. Dum, dum. Hinter jedem Scheiß erkenne ich jetzt irgendetwas Gruseliges. Das sollte natürlich auch nicht so sein. Mein Gott. Als wäre hier einer in der Nähe. Das ist ganz komisch. Der schießt mein Gewehr auf mich. Hinten ist dieser schwule Turm. Ach, das regt mich nur noch auf. Mit der Karte, das regt mich auf. Ich wollte doch woanders hin. Und ich werde auch woanders hingehen. Ui. Hallo, wohnst du hier? Ein Blick kann nicht schaden. Ist ja mordsmäßig interessant. So wie der Hex-Hex-Park von Banjo 2. Den wir gerade wieder hören. Da sind wir. Scheiß Turm. Ich gehe doch gar nicht lang. Ist das derselbe überhaupt? Na, ihr Schweine. Ich lasse euch mal am Leben. Mann. Was ist das? Da hängen schon wieder so Blöcke in der Luft. Ach, Mann. Was ist das denn? Hä, was? Was filmst du denn? Ist es auch wieder ein Wunderwerk der Natur? Oder ist es unser geliebter? Kein Schild. Kühe machen Mühe. Und die Kuh macht Mühe. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, ob wir ausziehen sollen. Also wir werden natürlich nicht für immer gehen, ist ja ganz klar. Aber ich bin halt stark am überlegen, ob wir das anders machen sollen. Ah, jetzt Zuckerrohr. Das sieht interessant aus. Das sieht schon wieder aus wie der Berg, wo wir zu Hause sind. Aber das kann eigentlich nur gar nicht sein. Ich würde nun all meine Sachen packen. Meine sieben Sachen packen. Und wir würden uns auf die Suche machen und ein neues Haus aufstellen, was dann vielleicht ein bisschen größer ist und so. Warum verletze ich mich die ganze Zeit? Meine Güte. Ich bin zu dumm, um Mienekraft zu spielen. Naja. Und dann würde ich mir ein neues, richtig schönes Haus aufbauen. Mit Postern, mit Fußschaltern und so. Das lässt sich alles in meinem bisherigen Haus nicht so verwirklichen. Ich hoffe, dass wir zu Hause ankommen, bevor... Also mal sehen, ob es meines Haus noch gibt. Oder ob das jetzt zerbombt ist oder so. Keine Ahnung. Das kann ja alles sein. Die Insel da... Ach nö. Das ist aber doch Zufall. Das ist meine Pyramide. Pyramide-Pastin. Ihr kennt doch bestimmt... Wie heißen die? Maschinima oder so? Die sind ganz cool. So Games-Comedy auf YouTube mit 8 Milliarden Abonnenten. Da war ich schon mal. Da habe ich mal geguckt. Da geht es tief hinab, aber da ist nichts. Als ich nach einer Höhle gesucht habe, habt ihr gesehen? Meine Herren. Ich schaffe es. Der steht auf der Pyramide. Oder was ist das? Das ist ein Schild! Was ist... Das ist ein Schild. Ich dachte schon. Meine Fresse, was soll das? Vor allen Dingen, was steht drauf? Es ist so dunkel. Only God can help you now. Gut, dass die Dunkelheit... Hä? Äh... Brennt das da hinten alles? Oder was ist los? Was... Ist das? Ah! Shit! Oh fuck! Nein! Was ist das denn? Ich habe gerade zu Gänsehaut. Achso! Erschreckt mich doch nicht so. Das war der Dungeon, in dem wir mal waren. Fuck! Mir läuft hier alles in den Rücken runter. Ich muss Schluss machen, die Zeit. Also bis zum nächsten... Bis zum nächsten Part. Ciao!